Leute was war das denn? Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town. Heute mit Atta Boom. Moin moin, because gaming is fun Sascha. Hallo, Aesthetik ist auch mit dabei. Hallo. Wow, genauso wie der Atomix. Hey. Danoki-Sapai ebenso. Hallo. Der Erzi auch. Guten Abend. Fizzy ebenso. Hi. Kazoo auch. Heyo. Genauso wie Stevie. Hey. Der Teddy-Gun auch. Schöne Grüße, Hallöchen. Ebenso wie der Krischi. Moin moin. Und meine Wenigkeit ist der Sascha. Und dann gebe ich mal für diese große Horde die Runde auf der Map Castle Black frei. Ballert euch jemand auf. Ah. Da viele Schüsse aber schon bevor ich die Horde freigegeben habe. Und ich glaube da ist auch schon jemand gestorben. Hier ist, hier ist auf jeden Fall so ein, ähm, ähm, ähm. Äh, ja. Headcraft Launcher ist am Sport. Headcraft Spooner. Oh. Das war ganz dumm. Ich hab keine Waffe, Alter. Oh. Oh. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich hör den Sound. Sascha ist das auch nicht. Oh. Ich hab geschossen. Stevie ist es. Ah Gott. Wir haben Stevie. Hab ihn. Ich hab Stevie. Warte. Ich schieß mich an. Hier. Okay. Also Sascha ist safe, ja. Okay. Ah ne. Das ging ja ganz wieder live. Hinter dir läuft noch Platz. Äh. Da liegt grad da. Da liegt grad da. Gut, dass ich gefürscht hab. Ja, wahrscheinlich da auch. Mal ein Stück beiseite killen. Das wird die. Habt ihr ne gute Waffe gehabt? Das ist doch schon mal ne Schrotz. Das sieht doch gut aus. Dankeschön. Ich glaub ich... Pfff. Halt. Okay. Oh ne. Boah. Ja. So, ich hab RZ gemacht. Klingt schon sehr fies. Oh. Irgendwie krieg ich ja Angst. Hier sind nur noch wir zwei. Gut zu wissen. Du Sniperqueen, komm her. Stell dich doch irgendwo hin und wir dich abknallen können. Nein, das will ich nicht. Knall dich doch so gerne. Nein, das will ich nicht. Was? So alleine machen wir denn so doch nicht, oder? So alleine machen wir denn so doch nicht, oder? Ich krieg ja voll Komplexe. Ich hab mich auf dieser Welt echt nicht aus. Ja. 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 Ich glaub ich hab schon... Mein Spiel hab ich auch weggegangen. Ich hab free auf der Fall. Ach, jetzt gehts wenigstens ja. Wer war ich? Red Queen. Jeder hat ein habe ich gekauft. Red Queen. Alza. Steh der ganz kurios. Wo steh ich da ganz kurios? Wir werden gerade am laufen. Wie ist das denn da? Wer fährt denn da Fahrstuhl? Oder wer ruft den Fahrstuhl? Nein, du hast den Fahrstuhl? Immer der nicht. Du musst an die Treppen laufen. Ja. vermutlich für den fahrstuhl ja ich bin tot leute das war schön mit euch und abkriegt und hat noch 20 aber ich weiß was war das Was ist denn? Mauer Decker Mega schlau Das schon bist du tot? Was habt ihr gemacht? Die machen wir uns Warum seh ich immer alles nicht? Da ist man mal ein bisschen Backputzer und dann Ab einmal das Ist der Ding Wow Was denn? Habe ich mich erschrocken Der D ist auch jemand Oh mein Gott Wer ist denn da jetzt schon wieder gestorben? Oh Mann ey Hat der Dete wenigstens einen Defi oder so dabei gehabt Warte Der hat ja nur einen Grapplinghook Äh Mann ist der schropp Und gerade damit nicht oben geht Er ist doof Er ist von oben runter gesprungen Wollte sich noch auffangen So richtig cool Das hat nicht geklappt Das war so lustig Ja Das war dann wohl am Ende so richtig uncool Das schießt die hier schon wieder Was? Buh Okay also Okay wie ist das? Wir haben Stevie Loll 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 Da fliegen die hier einfach über Wer hat Stevie getötet? Äh Erzie Und Erzie ist an der Dings Wie heißt das Ding? An der Granate die dann zum Schluss fällt Ist er verreckt Loll 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 Oh Mann ey Ich check das gerade gar nicht Wie viele Leute leben hier überhaupt noch Ich glaub ich hab das Gefühl ich erschieß gleich Irgendwie jemand Aua Mann diese scheiß Fackeln Ja da verbrenne ich mich auch die ganze Zeit dran Ich auch Zwei Leute in Haus geraten Oh nicht schon wieder Hallo Warum geht die Tür hier nicht auf? Ja irgendwie baggen die Türen nur ein bisschen Ganz dezent Ach ne doch nicht Ha Huch Da unten Huch Ach der Mr. X Hm Irgendwie glaub ich dass ich einer der wenigen letzten Überlebenden bin Und dass ihr zwei Traitor seid Wer Wer lebt denn überhaupt noch? Puh Naja du bist ja auch noch da Ok Ja sag ich rede doch die ganze Zeit Ja 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 und wer lebt noch? Weiß ich nicht Atromix Teddygun hab ich vorher noch gesehen Der ist dann rausgelaufen Der war wounded Hörst du Geh mal rein bitte Ja gar nichts Ähm Ja alles klar Du hier drin Hallo Du hast ihn noch eiskalt getötet Komm du bist mit ihm ins Haus gelaufen Das kannst du mir nicht erzählen So Warum tust du das? Weil er Traitor war Oh Und du bist dann der andere ne? So Weil nur noch du redest Ja vielleicht spielt noch jemand Und? Hm das kann ich schlecht einschätzen bei den ganzen Leuten Ich kenn die Hälfte nicht Er schieß einfach den der hier die Tür auf macht So Dann ist gut Ich hab noch 22 Sekunden Also viel mehr natürlich aber Das ist doch Ey Leute die Runde ist noch keine 15 Minuten bald und ich hab das Gefühl ich krieg jetzt nach dieser Runde Hörst du noch hilf der Gesichtsbizeps Alter Ich seh das nicht Man muss doch mal so gewinnen Alter das ist taktisch Ja Tja Erz Ja ne ist klar weg mit dem Müll Wie hast du da eigentlich Rösen? Kommt keine Antwort Hast du da ne AWP? Ja Oh Leute Aber 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 Sascha Es ist ja wieder das was ich dir letztens im Test gesagt habe Wo wir uns über den Maps unterhalten haben Ich werde auf dieser Map einfach nie Traitor Ich bin lieb ich such immer noch ne gute Waffe hier Ja Nimm die Waffe meiner Frau Wow Dann hab ich ja Instant Win Immerhin Hast du auch mal Erfolg Echt Boah Was schießt denn Boah Ich werde so ne Hättchen von ihr kriegen Du kannst dich eigentlich geschossen am Spawn Oh Da liegt ne Insel Sorry Katsu Was ist das mit mir? Nein War nicht böse gemeint Krüschi Soll nice Was denn Was denn Was denn Was denn Was denn Warum ich doch nicht wieder runter was soll das denn Äh Nein 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 Kommt der nächste mit Guck mal wie er mich antwortet Wenn ich tot bin ist es Aesthetic Aesthetic hat glaube ich gerade Aesthetic getötet Aesthetic hat glaube ich gerade Aesthetic getötet Was ist denn los Ich hab dich jetzt schon dreimal gefragt warum du hört bist Ja weil ich treff dann wenigstens natürlich Ich Weil ich hab einfach gesagt Aesthetic Naoki 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 Ich hab in diesem Fall zweimal Für mich ganz ruhig zu hüpfen Während der Fahrstuhl Fahrstuhl fahrt soll man nicht hüpfen Also muss nicht nach vier gucken Das hilft ja auch noch damit rum Ich muss nur auf den äh Ding jetzt kriegen noch im Chat achten ob jemand als Traitor wiederbelebt wird ne ich bin verwillt ich habe keine ahnung wo ich bin der ästhetik und ich häng jetzt ab sofort im aufzug fest weil wir lust dazu haben ich hatte noch nie sex im aufzug einmal ist keinmal ästhetik da kommt schon wieder der nächste ja ich suche hier die ganze leute den einzigen den ich sehe ist hier den mach mich doch einfach weg bitte da ist der atta da kommt der aufzug runter nein oh mein gott atta nein atta also atta ist der ich hoffe runter gesprungen der darf nicht runter ich komme zu euch hoch nein geh bitte nicht in den aufzug nein geh weg ach man du weißt dass wir wenn wir beide in uns denn auf jeden fall gemacht werden gleich mit einem friendship beam oder so ach ich versteck mich voll weißt du bringen die traiter auf die gehen oh Sascha ich geh runter ja ja hat jemand schon atta identifiziert der die treppen runtergefallen hat da ist die treppen runtergefallen ja der ist mir entgegen oder ich bin hinter ihm gelaufen und er ja ja immer weg hier oh gott ja hier liegt atta ich schieße mir ins knie schieße mir ins knie hallo was soll der unterfallen herzi hi hallo willkommen in der wahnsinnsfahrt von oben nach unten unten nach oben und oben nach unten nach oben nach oben mhm was anderes kann das denn boh ich krieg langsam drehwurm leute ja gewisse geht bei der nächsten fort mach ich mehr ach was ach was ach was ach 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 hinten ich habe nicht mehr ach Ich hab nicht verschont! Ich hab nicht verschont! Fisi, Fisi! Nein! Fisi hat aufm DT geschossen Hier ist irgendwo ein Geschirr auf der Treppe oder so Oben an... Oh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll An der großen Mauer rechts der Turm Ich komm hier auch nicht weg, ich pack hier fest, ey! Geh doch mal weg! Jetzt! Geh doch mal! Hat mir jemand zugehört? Ja! Nicht! Ich steh hier oben auf den Holzbalken und ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme Ich weiß auch... Ah, jetzt fahr ich hoch Ist Fisi jetzt safe T? Wirklich, ich weiß es nicht Kann man jemand das scheiß Geschütz wegnehmen, das nervt Ich weiß ja nicht mal, wo es ist Ja, ich auch nicht Ich glaub beim... Obwohl doch, ich glaub ich weiß, wo es ist Aber ich weiß nicht, wie ich hier safe runterkomme Ich krieg hier Schaden, wenn ich verspringe Doch nicht Ha! Skiller Boah, ist das ein nerviges Geräusch Was der, der, der... Ähm... Ist das zuhört oder hat? Hat die Schütz? Ich weiß ja wie gesagt... Bissi! Nein! Warum war ich eigentlich den Einzigen noch an dem als weiter? Ich hab in der Runde nichts gemacht Ich hab in der Runde nichts gemacht Ganz ehrlich Ich schon Ich hab was Schönes gemacht Nein! Aufzug Jetzt hatte ich die ganze Zeit Ästhetik super kill Ja, aber ich hab halt keinen Karma abgezogen bekommen Nage! Ich hab ja auch gar nicht auf dich geschossen Naja, aber ich auf dich Aus Versehen hab ich einmal geschossen Na 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 Wer hat dich versichtlich gekillt? Ich glaub es ist das nicht Alter, ich hasse diese Map Ich hasse sie einfach Ich hab... Ich hab keine Werte Schrotflinte Ich hab... Oh Gott Ich hab irgendwie so... Käpt'n Headshot vielleicht Oh 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 Nein Aber es war doch... Wer ist denn da oben gespawnt jetzt schon? Weil ich schieß einmal verleute haben und alle sind dir böse Da noch einmal fragen, was da... Was da für ein Ding stand Nein! Gibt die wieder her Was da für ein Ding geschützt? Von Traitor, oder? Ja, ja Oh, ihr seid doch Kacka Ihr seid doch Kacka Oh, ein Kacka Obwohl... Nein, ich fall nur wieder runter Ich bleib runter Na, Ui, du dickes Ding Wer kommt denn jetzt? Wen kommen wir denn da? Im Fahrstuhl? Das schaft! Noi! Ich hab da geschaffen Vorsichtig, Alter Das schaft, bist du Traitor wieder rein? Auf jeden Fall Nein, bin ich nicht Warum soll ich Traitor sein? Na, ich fall doch hoch Okay, cool, danke Ich stecke fest Ich hab ein Medikin angekommen Ja, Danoki ist mit seinem Hintern in den Aufzug zu her stecken geblieben Und was wär jetzt, wenn ich dir eben grad auf die Antwort Ja gegeben hätte? Ästhetik? Das kommt geschossen, oder was? Hallo, was ist dein Ding? Hallo Hallo Da ist der ja Das schaft bei mir Mit einem Leggif Läuft da unten Atta Boom Atta Boom Oh nein Atta Boom Atta Euer Heiligkeit heißt das Guck mal, der kommt jetzt sogar hier hoch Geh weg Atta Ja, Erzie soll noch hier Ja, Ra mach dich weg Komm Oh, 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 oh Das war scheiße Ja, warte, lass mich jetzt hoch Ja, warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte Losgelegt Lass mich, lass mich, lass mich nicht los ist Wer hat den jetzt jetzt umgebracht Aua Schon wieder eine Flamme Super, mit elf Leben Was soll ich damit machen? Atta Was ist mit Atta passiert? Sascha Krischi und Atta haben sich gerade über den Haufen geballert Ne, ne, ich lebe noch Mein Atta lebt noch X-Girl hat mich einfach angeschossen Wow, Erzie, warum bist du Hallo, warum schießt du auf mich jetzt? Weil ich in der Flamme gelaufen will und dachte ich schlafen Ja komm, weg Oh Gott Boah, hast du keine Waffe an? Ich hab den DNA von Atta und den werden wir noch angeschossen Boah, jetzt hab ich eigentlich verstanden wie die Türen aufgehen hier Ich dachte echt, du hast mich da Ey Ja Ach du fass Wieder eine Kiste meine ich Ich hab auch eine Kiste gebraucht Hallo Atta Ja komm Willst du mich messern, dann los Ja Soll ich dich messern, wenn du nur noch elf abgehst? Boah, ist das heiß Einmal anpusten Also war es jetzt eine Beschädigung, dass du Traitor bist, ja? Ja, natürlich Okay Aber ich lass dich doch Boah Sascha Ja, wieso LOL Alter, nein, ich hab nichts gemacht, Mensch Warum schießt du auf ihn, Fizzy? Für mich sah das gerade so aus, als ob er ihn abgeschossen hätte Nee Ich hab den doch gar nicht Ich hab den doch gar nicht Das war eine Zeit des AWP von irgendwo Alter Da fuhr einer mit dem Grapplinghook rum Also kein Deto Das hab ich auch gesehen Ich werd mich ja sagen, nämlich der Deto hat mir das Madkit gegeben Nicht, dass ihr jetzt auf mich schießt, ihr Ach der Deto ist, oh Der Deto ist schon tot Ja, sorry Aber er hat ihn mir zu Anfang der Woche gegeben S Das ist Madkit Ja, GG Der nächste To Der macht das sehr gut Der kam grad vor mir runter gefallen Der ist dir vor der Füße gefallen Der ist ja schlau Hat er dich so gemacht, dass der vor der Böse fällt Ähm, mit Teddy? Ich hab jemand nachgeladen Ja Das war laut, das war bei Engstig Ich connect mich wieder an Daisy Oh nein, nicht Stevie Ich komm grad den Wendel-Turm hoch, hier Da schießt jemand sofort Ich hab so ein bisschen Schiss davor. Livi, warum hast du gerade in Richtung von Teddy geschossen? Weil ich ihn eigentlich erschrecken wollte. Ja, 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 ja. Oh! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also dann hab ich wie gesagt auf den Boden geschossen, also bitte. Ja, aber trotzdem, man kann ja mal blöd nachfragen, ne? Das ist was? Vor allem mit Hashtag, wie geil. Es riecht aber die Wehrtasten dazwischen, das ist nur das Last in der Hashtag drin. Ja komm, wer ist es denn jetzt? Ich dachte eigentlich du. Nein. Ich auch. Loll! Ein Kill! Nice. Ne. Einmal Traitor geworden. Eis, 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 Baby. So, liebe Leute, das war eine neue Runde Trommel in Terroristown. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß. Ne, warte mal. Jetzt hab ich meine Anmodi verkackt. Egal. Egal. In der Videobeschreibung. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein bis die Tage. Tschö tschö. Ciao. Ciao. Ciao.